Ich wage es, Pinto, ich wage es. Los, Pinto! Nein, Pinto, bleib doch nicht stehen! Das gibt's doch nicht! Ich treffe gar nichts. Pinto, das ist ein Baum! Wir verlieren die Spur, schnell! Oh, Pinto, jetzt ist aber Gas. Ich weiß, du kannst nicht mehr so richtig, aber das ist FIA auch nicht mehr. Pinto, du kannst noch ein bisschen. Alter, das verarscht uns. Ja, weg mit dir. Ah, lol, ich kann das nicht mitnehmen, ich klebe alle. Frischst du da gerade mein Pferd auf? Kann das sein, Pinto? Äh, mein Pferd vor allem, ne? Du magst das sogar, oh, heftiger Pinto. Okay, pass auf, wir müssen der Straße jetzt verfolgen bis zum Schild. Was kann man dir nochmal geben, damit du... Oh, Pferdchen. Oh, heu. Hier ist feinstes Gemüse. Oh, moin. Tramare? Gut, das? Freund. Guten Tag. Ah, du bist das. Wie geht es dir? Mir geht es super, aber mein Pferd will nicht stehen bleiben. Das habe ich noch nicht so außer Kontrolle, äh, unter Kontrolle. Oh, das ist schlecht. Tramare Stavo, beruhig dich. Pferdchen. Ganz ruhig. Ja, feine. Ganz ruhig. Oh, es hat funktioniert. Danke sehr. Tramare Stavo. Kein Problem. Ihr kauft keinen Saat mehr? Äh, nee, ich gerade nicht. Ich bin voll. Ich gehe jetzt erst mal nach Hause, mein Freund. Ach so, dann wünsche ich dir viel Spaß. Danke, ebenso. Auf bald. Asfellrumra. Tschüss. Wie geil. Pretty nice. Beim Schild müssen wir rechts ab. Also folgendermaßen. Ich baue den Kackvieh in den Stall. Das nehme ich mit. Das geht nicht, weil da noch ganz viel Spaß drin ist. Halt vergessen. So ist auch doof, ne? So ist besser, oder? So vielleicht. Ähm, mach den Scheiß. Einmal da rein. Ach ja, wohl. Sich ganz so hält wie erhofft, wenn ich ehrlich bin. Aber es geht klar. Also erst mal legen wir hier wieder den Schlafsack vor. Mache ich hier noch eine Kiste hin. Da können eh nur zwei hin, ne? Egal wie ich die hinümpel, oder? Ja, ich glaube, da können eh nur zwei hin. Da können wir zwei hin. Da mache ich die mal lieber mittig. So ganz mittig sind die jetzt auch nicht, aber... Oh, nein, 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 das geht nicht. Du bist zu weit vorne. Oh nein. Ich habe zu oft ab und wieder drauf gebaut. Wie heißt der Scheiß? Ja. Du lebst noch, du lebst noch. Du lebst auch nicht mehr so ganz. Ja. Das können wir hier auf jeden Fall schon mal wieder Kacke rein tun. Dat ist doch gut. Immerhin ist der schön bequem. Hat der irgendeinen Vorteil? Gegensatz zu anderen Scheiß? Ne, ne? Ne. Du könntest drehen. Interesting. Ach, guck mal. Das hier, das hätte ich sogar... Anlocken können einfach. Auch nice. Ne, Lateinen kann ich auch anlocken. 20 Scrap Pitch. Du könntest da auf Food hin. Hm? Ist gar nicht so schlecht eigentlich, ne? 20 Scrap nur. Fluid Switch and Pump. Das ist die Pumpe. A simple switch to the Navy's fluid to pass through. Can be switched on and off manually or via electricity. Genau zu pump water upwards to higher entities when powered. Ah, das ist eine Mailbox. Mailbox, der ist ja... 100 von 25. Das brauche ich? 20 Dinger? Oder woher ich da und das? Da brauche ich 40. Wie viel habe ich noch? Reicht. Nice. Ich will einmal bitte den haben. Und den haben. Ich habe noch 20 tatsächlich. Brauche ich so... Ich brauche das Wasserscheiß-Ding nicht, aber ich will das hier haben. Ich will den Large Plantershit haben. Das ist hier ein Low Grade für 50 Metal Frequence. Das ist auch super geil eigentlich, ne? Das habe ich halt schon. Was braucht man denn dafür? Sag mal. Das ist da. Clothes, Low Grade Fuel, Metal Frequence. Das kann ich sogar machen, aber Workbench 1 required. Aber kann ich Holz verkaufen? Nee, ne? Feinstes Gemüse? Warte, die haben hier ein Endline gemacht. 10 Scrap, Food Scrap, Einkorn, Pumpkin, 10 Scrap. Krass, Alter. Die haben hier Feinstes Gemüse. Das ist ja nice. Hier kann man sie einfach... Ich kann mir hier einfach Essen kaufen. Food Market, Missing Table, Shotgun Rounds, Alter. Die sind beim Food Market. Auch interessant. So, was ist denn hier? Scrap for Sale. Ah, Scrap for Sale. Aber hier sind nur Green Card und so eine Scheiße. High Quality Metal kann ich verkaufen. Metal Fragments kann ich verkaufen. Ich weiß halt nicht, ob die einen Dingshändler haben, ne? Zum Scrappen, Alter. Das wäre natürlich geil. Die ganzen Key Card Shits habe ich nicht. Metal Fragments habe ich noch. High Quality Metal Scheiße, ne? So, dann habe ich also ein bisschen Scrap, das ich verkaufen könnte. High Quality Metal habe ich auch. Wie viel ist denn das? Ich nehme einfach mal so Zeug mit, dass ich hier gerne Verdingssen würde. Ah, ich habe kein Essen für dich. Ah, du musst jetzt kurz mal leiden. Habe ich schon richtig gesetzt? Ne, ich muss da hin. So, dann geht es den kleinen Berg hier hoch. Sag mal, du bist echt... Pinto, du bist echt ein stressiges Pferd teilweise. Ich hoffe, das weißt du. So, kann ich dir Straße folgen? Ah, so halb. Oh, hier. Haben sie hier einen Automaten da hingestellt? Schade, vielleicht ich füge den einen. Komm mit, ich habe noch drei.